So Leute und weiter geht's wieder bei Pokémon MMO 3D. Ja, stehen geblieben sind wir dabei, dass wir, ja genau, das Dratini weiterpicken wollen. Und da hieß es ja, das ist ja genau Level 550. Das heißt, wir müssen mit dem Dratini weitergehen jetzt mal alle mein Pokémon zusammenkloppen. Na ju. Dann ist das auch also, ne? Leg dich besser, leg es mir an, dein Leben ist vorbei. Ich hab dich gefahren. Ach, so gefühlt. Wir machen mal Level 450, ne? Und wissen wir Bescheid. Ja, ja, ja. Ach, das ist ja so. Ah, scheiß Gott. Alle die gleiche Scheiß-Meglisten. Aha, man muss so sein, ne? Schulterbohr, Schulterbohr. Struggle. Zack, wie du dumm, Mama ist Kork. Entschuldigung. Irgendwie war der gerade geil. Der Kultloch ist die Warte. Schließlich sind die Füße weggeflogen. Das war irgendwie aber wirklich cool. Ein Habitabler. Ander so leidig. Zack, wie du dumm, Mama ist Kork. Also ich muss sagen, es reicht. Moment, jetzt lässt sich einfach nur ein... Ein Shining Ladies. Zack, wie du dumm, Mama ist Kork. Ohohohohohoho. Wo bist du, du Hol? Alter, ein Shining-Nolze. Der Shining nehmen wir natürlich mit. Doch, ein Shining kann man verkaufen. Ja, hab ich Glück. Wuhu, wieder Shining von den Damen und Herren. Jeeey. Mega besser. Bitte, bitte, bleib gefahren. Bitte, 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 bitte. Ja, bitte, 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 bitte. Ja, laden dann mal. Hu hu hu. Okay. Und... Klopla. 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 Gut, dann hab ich wohl keine andere Wahl. Ey, geh... Weg, scheiß, Totonada. Also, jetzt wird den Mega-Ball schwang. Zack, wie du dumm. Jeeey. Dann hab ich so, wie es klappt. Ja, Mega-Fall. Jeeey. Ja, das geht dann auch gleich in den Verkauf. Mwahahahaha. Jeeey. Schönen Kohl machen. Mwahahahaha. Alles klar. In Lize-Guo. Dann machen wir erstmal den hier. So oder so. Ist ja Logosch. Hallo. 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 Okay. Das ist ja Logosch. Neee. Nein. 1, 2, 3, 4, 4 1 Millionen. Ja, das ist ja eine Million. Ist doch eine Million, oder? 200 taus ist ja 1entschnitt, oder? Das ist eine Million, genau. Jeeey. 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 Was war jetzt das gerade? No 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 no! Nein... Nein! Nein! so und weiter geht es jetzt das rachidi oder der näher oder ihr wisst ja wenn ihr so ich lebe mal nach meiner mädchen besser nicht das war nach der nassau da wo schon gut geht ah danke für das bau Ich bin hier. Das ist hier. Ich bin hier. Was legst du dich denn auf den ganzen... Was legst du dich denn auf den ganzen... Was legst du dich denn auf den ganzen... Ihr seht doch, dass ich ein sehr starkes Drucker noch war... Ihr müsst trotzdem viel anlegen... Ihr seid so... Ihr seid echt... Komm her... So lange... Nachher das Zuge... Die Hunde gibt das... Die Hunde ist ja klar... Die Hunde ist ja gewollt... Jetzt... Wie geil... Ein Schwanz doch gerade am Arsch... Die Hunde ist das... Hahahaha... Angeren... Die Hunde ist... Dann Dave... Dann muss ich mal... Wuren, ich sagte... Wie kann ich noch? Da... Deine... Das hat ich mal gehört? Ich sagte... Ja, ich sagte... Das ist wie... Dann... Das ist gar nicht... Ich sagte... Ich besuche das nicht! Herr Sash, ich habe das Geräte, die etwas zu erheben. Aber ich werde es nicht! Ich werde es nicht sagen! Ich werde es nicht sagen! Es wird nicht! Es wird nicht! Es wird nicht! Es wird nichts! Es wird nicht! Ich werde es nicht sagen! Ich sage, dass ich das nicht war. Du bist so? Aha! Dann gehen wir. Ich sage, dass wir nicht. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Mögen, Mögen, Mögen. Das ist die Nachteile. Und nicht verstehst du? Und nicht verstehst du? Und nicht verstehst du? buchen auf und d'accord aha Moment mal ich lass mich nicht biegen ich lass mich nicht du bist da nein hab ich gesagt wuuu witzig jetzt noch mal 10 mal steigen warte will ich an deiner Stelle reinlassen warte eh ne wah achso nein ehhh ihr me needed man ihr seht doch man ja nein nein Nein, nein, nein. Hab ich schon an den Schlag verfasst? Nein, hab ich gesagt. Ja, ich ging. Jetzt, die Funde. Oh, du dachtest ja wohl jetzt nicht dein Ernst, oder? Sollst du so widerstehen? Oh, du so widerstehen! Danke, Marieta! Ega, Mann. Was du, du hast? Das ist schon gar nicht überrascht. Das ist schon gar nicht alarmiert, war er Luther. Oh, das ist wirklich cool. Du hast ja jeden Fede gegriffen. Das war, ich bin zu geüttet, Aber das ist es, dass wir die Klinik nicht mehr aufgesehen haben. Wir sehen uns, dass das Klinik nicht mehr so gut ist. Aber das ist die Klinik nicht mehr so gut, sondern dass wir einen Klinik nicht mehr so gut sind. und noch einmal ah man ich könnte das halt nicht machen guck mal her ich hab dich gewarnt du wolltest schon wieder nicht hören siehst du dann passiert sowas ja von beiden seiten wo ich hagel vor der Schede jetzt ist aber endlich vorbei jetzt reicht es aber ich spinne hier wohl vollkommen ich suche von allen seiten hier angreifen ich mach dir das noch einmal hagelschreie ich hab ja verstanden ich krieg doch Kopfschmerz allesamt ich spinne hier wie so anzugreifen von allen seiten guckt euch das mal an also fünf auf mal und das ist Fairness oder was das ist nicht Fairness Kinder die Ja, das ist das, das ist das, das ist das. Oh Mann, mein Schatz. Oh Mann, mein Schatz. I see the von der Lina still here. Oh, oh, oh. Musiker? Sicher? Ich hab dich gewarnt, ne? Aber nein, du brauchst uns auch nicht zu und schlägst auch nicht ein. Eins. Ja, Leute, das wird dann erst in der nächsten Folge soweit sein, ne? Ach, die nächste Folge. Oh, ich hab hier eine ganze Folge. So, ich hab hier einen. Oh, ich hab hier einen. Ich hab hier einen. Ich hab hier einen. Guck, guck, guck! Mein Defensor! Guck, guck! 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 Nee, wer war die? Nee, nee! Fertig, du hast nicht. Wo schon? Wuhuuu! Boah! Denk der Regner, das ist doch egal! Der ist zwar jetzt nicht der Bühne, aber der Bühne ist nicht der Bühne, aber der Bühne ist nicht der Bühne. Das ist quasi wahr. Puh! 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 Und wiederer! Ihr könnt jetzt rückab! Ihr könnt rückzeit mit mir anfangen, aber Bitte nicht mich erschlagen, das ist der Stuhl. Das wird ja doch gelassen, okay? Perfekt. So ein bisschen zu spät, um, zu spät, um, zu spät. Oh, wirklich, ich hab mich aufzett... Oh, sorry, ich habe ich nicht gekauft. Aber ich bin ... Ah, das ist richtig, das bin ich. Let's go, every... Das ist ja noch ein paar Leute. Ja, komm mal. Komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal. Komm mal, komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Nick yet? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin ja noch ein bisschen in der Habe schneid. Aber, der fühlt sich an, der Läder, die Gephardt, die Gephardt, die Gephardt, die Gephardt. Oh, blum, blum. Nein, blum, blum, blum. Oops. Das ist so schön. Look at that. Wirken die Talbind in Schlieb. Ah, 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 ah. Das ist das Ding. Das ist einfach nicht mein. Das ist kein Problem. Krass. Alter Mann, fett Sinn von meinem Pokémon-Tagel nie hatte, ja? Ich bin doch mal klar geworden. So, meine Fettung. Boah, noch mal Bonbons. Ja, auch Bonbons können. Was ist denn jetzt noch grüniger Fokussion? Tja, Bonbons können mich auch richtig... und bringen mich auch richtig fällig. Noch mal, oh boah. Ach ja, ich denke, das scheint ja auch noch was. Bei der Mann aus dem Monster ist das... aufgrund des Server-Boots da jetzt irgendwie, ne? Irgendwie ein bisschen was mehr. Na boah, 52. Aber Leute, an der Stelle muss ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Abo die Maikanaan geht mit dem Morgen. Und bis zum nächsten Mal. Pokémon im Regarde. Bye-bye-bye.